Willkommen zurück zu einer neuen Folge Lara Croft Tomb Raider besser gesagt. Wir sind immer noch im Grab. Im ersten von der Barackenstadt. Keine Ahnung wo das zweite ist. Wer wird es rausfinden? Mit diesem schönen Gewicht Rätsel. Das ist kein richtiges Grätsel, aber man muss halt ein gewisses Timing haben. Da finde ich der Meister drin. Timing habe ich voll drauf. Wenn man das hier nervt, die noch herrennerei nerven. Ich könnte ja mal hier oben hinschmeißen wieder, ey. Dauert das alles ganz nicht so lang. Na also. Geht doch. Und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? Halb gekloppt, wenn du mich fragst. Halb gekloppt. Schön. Ah. Oh. Richtig viel. Guck mal. Da sind wir noch gar nicht. Da kommen wir noch gar nicht hin. Oh du Scheiße, ey. Die Barackenstadt ist wohl ein bisschen größer, ne? Na ja. Ach ne, da sind wir gerade. Ja. So, sonst war hier nichts mehr. Nein. Gut. Was ist das? Ah. Könnte man tun. Okay, wir haben ein Doppelmagazin. Könnte man auch tun. Okay. Das finde ich totaler Schwachsinn. Es ist so. Ich würde sagen, wir machen. Ja. Das machen wir. Gut. Jetzt raus hier. Grab ist gemeistert. Jawoll. Ups. Wut denn? Ich bin so geheult. Ich bin so geheult. Boah, Alter, so ein kleines, schumales Brettchen hier. Da sind wir wieder. Guten Tag. So. Nach rechts. Zum Beispiel hier. Das Gebäude hier haben wir nur Raub nicht untersucht. So. Tut's an, dann. Wollen wir hier hoch? Hier hoch? Hier hoch? Hier hoch? Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich stehe nirgends wo rein? Ich nicht. Wie, 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 wie wird Sinn das denn für Baracken hier? Wo du nirgends wo reinkommst? Sag mal. Wer wohnt denn hier? Was für ein Vogel. Da war ich auch noch nicht. Da ist ja... Ja, ja. Die mal so rumheulen muss. Alles voll. Alles voll. Tschau. Nun gut, dann untersuchen wir mal das Ding da. Das hier in der Mitte finde ich irgendwie nichts mehr. Ja, erst. Oder sollen wir noch die vorne taus? Ich habe geschickt, das ist so nah schon. Na, komm. Und wer ist denn hier? Nix. Gar nix. Das hier in der Mitte ist. Neuen Ort entdeckt, Geokosch. Ist ja voll gelohnt. Du sollst keine Dinger aufschießen. Schwachsinn. Okay, den haben wir. Hat der sein können. Sah so aus irgendwie. Ich gucke mich an, dass ich hier hochkomme. Sonst... Das ist gar nicht mal so einfach. Voll auf dem Bauch. Arme Sau. Aha. Nur weil kein Maiden Scheine draufsteht. Ich gehe aber trotzdem hier noch hoch. Oder versuche es zumindest. Siehste. 20 EP nehme ich immer gerne mit. Der eine Pfeil, den wollte ich auch unbedingt. So. Jo. Ne, da komme ich nicht hoch. Könnte ich mich abseilen. Könnte ich nicht auf solchem Grund. Die Frage ist jetzt, ob ich hier noch irgendwo was übersehen habe. Was sieht da Munition aus, hat da... Wann die hier so? Aufreizen. Aufreibende Musik, ey. Hier war ich doch schon, ne? Wo war denn jetzt der Scheiß da? Von wegen. Hier. Ist ja voll gelohnt. Ist ja voll gelohnt. Also ich glaube ja, das ist ja voll gelohnt. Tja. Irgendwo. Das war jetzt, ne? Dass es hier nichts mehr gibt. Ich würde sagen, ich gehe unten hin. Ich habe ja eigentlich soweit alles untersucht. Außer natürlich die Schalldämpfe. Und ich weiß ja nicht, was es hier heißen soll. Zur Ruhe gebettet. Keinen Plan. Kann doch nichts machen bei denen, siehste. Keine Ahnung. Aber ich habe auch sonst keinen, keinen, keinen... Von diesen Alarmdingern sonst gesehen. Kann mir nicht vorstellen, dass hier nur einer war, aber... Es ist hier so unübersichtlich. Wie willst du die hier finden, die Dinger? Auch dieses zur Ruhe gebettet. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Ich will schon mal weiter. Nö. Auch nicht. Zu Ruhe gebettet. Hm. 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 Tja Was soll das? Aha Scheint, wo hier überall dieses Zeichen da ist Aber Leute, ey Ich Es wird ja auf keiner Karte irgendwie verzeichnet oder sowas und jetzt muss ich hier nochmal Müsste ich jetzt hier alles ablaufen Um die Scheiße hier irgendwo zu sehen Hab ich Zeit wie Harry? Vor allem hab ich so ein Ding nirgendswo mehr gesehen Tut mir ja leid, aber hab ich nicht Was ist denn der Part jetzt rum? Ich bin doch nicht euer Hans Wurst Leute Das überlege ich mir aber noch ganz ganz stark Ob ich das überhaupt mache Ich sag danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns im nächsten Part Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!